die pistole säubern ergo verdünnung rein und das dann entsorgen danach die pistole auspusten weil da sind ja jetzt noch schwarze pigmente drin außerdem muss man das aber jedes mal nach der benutzung machen nur so nebenbei so nun kommen wir zum klarlack der klarlack wird aus drei komponenten gewischt das ist erstens die verdünnung zweitens der härter und dann drittens der zwei komponenten klarlack selber hier seht ihr auch das mischungsverhältnis wir müssen 15 prozent des härters einsetzen und eine vordefinierte menge der verdünnung das könnt ihr euch so vorstellen die moleküle haben mehrere händchen und wenn ihr jetzt zu wenig von einem liquid da reinpackt dann können die sich nicht alle die händchen geben deshalb muss dort die menge genau stimmen ansonsten stimmt nämlich dann das verhältnis nicht wenn das verhältnis nicht stimmt wird der lack nicht nicht schnell genug hart oder er wird gar nicht oder sehr langsam hart wenn er langsam hart wird könnte er auch brüchig werden das kann auch beim schnellen abhärten der fall sein das heißt also hier eine genaue mischung mischungsverhältnis wie auf der verpackung angegeben ist einhalten da gibt es unterschiedliche mischungsverhältnisse das steht ganz klar auf den dosen drauf und dort ist es ganz wichtig diese drei komponenten miteinander vernünftig zu vermischen wie gesagt die moleküle selber sprich die härter moleküle die klarlack moleküle haben mehrere rezeptoren und an diese rezeptoren dockt dann nämlich der gegenspieler dran haben jetzt mal die härter und der klarlack die haben dann vier molekul händchen und die wollen ineinander greifen wenn die ineinander greifen dann härtet das material aus und alle haben die hände voll so hypothetisch gesagt und wenn das geschieht habt ihr einen sehr guten lack dazu kommt es auch dazu dass die verdünnung dazu da ist dass es für die pistole halt schön vernebelbar ist und bleibt und deshalb müssen alle komponenten in einem vernünftigen mischungsverhältnis sein um eine vernünftige aushärtung und ein vernünftigen klarlack dann zu generieren denn der klarlack ist der schutz der über euren basis lack kommt der kommt jetzt auch wieder über einen filter in die pistole rein wird noch mal gefiltert denn es kann ja immer mal sein dass da irgendwas so platz nimmt was nicht platz nehmen sollte um das auszugliedern wird nun noch mal gefiltert und dann haben wir den besagten klarlack angemischt das ist jetzt würde ich schätzen ein halber liter mehr als vorhin viel mehr ungefähr ein halber liter sollte auch für das bauteil dann reichen wir werden zwei schichten lackieren das ist dann auch nass in nass weil in der zeit wo wir das jetzt vorbereitet haben ist unser basis lack schon angezogen das heißt er ist so leicht milchig grau geworden